Und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Exodus auf dem Kanal. Wir nähern uns dem Ende. Wir sind gerade auf dem Weg, ein Medikament für unsere Frau zu suchen, wo ich den Namen gerade vergessen habe. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende des Videos wieder. Bis gleich. 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 Das war's für heute. 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 Stemionisch, lass alles stehen und liegen. Stemionisch, lass alles stehen und bring spätestens vor auf deine gesamte Feuerwehr. Ihr habt seit zwei Tagen nichts abgefackelt und wir stecken knietief in den zertappten Körper. An jeder Rats in Kolonie. Die Viecher spucken jetzt auch noch erst eine Scheiße, daher ist das Krankenlager auch voll. Keiner mehr hier, der die Arbeit machen könnte. Wenn ich mein Pensum nicht schaffe, nehmen Sie mich von der Versorgungsliste und dann bin ich am Arsch. Dann stecken Sie in euren sauberen Stationen, aber wie sagt Ihnen in der Böse? Denn entweder sind es die Würmer hier im Lager oder die Baumaterialien in deinen untätigen Händen. Lass mich dieses Mal nicht hängen machen. Ich hab zwei Tonnen Blech und eine weitere Tonne Stahlträger hier. Aber wenn du deinen verdammten Arsch nicht herbewegst und die ganze Scheiße eigenhändig verbrenzt, kommt der ganze Mist auch zu euch. Denn wir werden hier bei dem Wändlichen bleiben gegriffen. Also, ich bin hier bei dem Wändlichen Händen. Okay. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. 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 Ich bin nicht jetzt bei mir da. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja! 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 Hast du es nicht gefunden, Liebling? Ist schon in Ordnung. Ich weiß, du hast es versucht. Ich warte auf dich. Ich möchte, dass du da bist, Ben. Du bist hier. 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 Ja, sorry für den Cliffhanger. Aber die nächste Folge ist ja schon die letzte und da werden wir sehen, wie es ausgeht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder einen Kommentar. Und über ein Abo natürlich auch. Und wenn ihr es weitererzählt, würde es mich natürlich auch sehr freuen. Und bis zur nächsten und letzten Folge Metro Exodus auf diesem Kanal. Ciao.